Rusti der Roboter und der verpatzte Kuchen In der kleinen Stadt Flitzdorf, wo die Häuser so bunt waren wie die Blumen im Frühling, lebte ein Junge namens Finn. Mit seinen strupelligen Haaren, neugierigen Augen und einem Lächeln, das die Sonne neidisch machte, war Finn ein Wirbelwind voller Energie und Tatendrang. In seiner Werkstatt, einem liebevoll eingerichteten Schuppen im Garten, tüftelte er am liebsten an neuen Erfindungen. Schrauben, Kabel und Werkzeuge lagen dort in kreativem Durcheinander und warteten nur darauf, von Fins Fantasie zum Leben erweckt zu werden. Eines sonnigen Nachmittags, als die Vögel fröhlich zwitscherten und der Duft von frisch gebackenem Apfelkuchen in der Luft lag, gelang Finn ein ganz besonderer Meisterwurf, er baute einen Roboter. Aus alten Ersatzteilen, blinkenden Lichtern und einem Gehäuse aus resützeltem Metall entstand Rusty, Fins treuer Begleiter. Rusty war kein Gehäuse. Mit knackenden Gelenken und einem freundlichen Brummen konnte er sprechen, lachen und sogar Kuchen backen. Seine Spezialität war Schokoladenkuchen mit extra viel Schokoladenguss, Fins absolutes Lieblingsgericht. Die beiden Freunde waren unzertrennlich. Sie spielten im Park, wo Rusty mit seinen Metallfüßen kunstvolle Fußballkünste vollführte, bauten Roboterautos, die durch den Garten flitzten und verbrachten lange Abende damit, Geschichten zu erzählen und unter dem Sternenhimmel zu träumen. Fins Geburtstag stand bevor und er hatte sich einen ganz besonderen Wunsch ausgedacht, den Schokoladenkuchen der Welt, gebacken von seinem besten Freund Rusty. Rusty war fest entschlossen, Fins Wunsch zu erfüllen. Er putzte seine metallischen Hände bis sie glänzten, holte alle Zutaten aus der Speisekammer und schlüppte stolz in seine selbstgemachte Schürze. Mit konzentriertem Brummen rührte er den Teig, füllte die Backform mit der cremigen Masse und schob den Kuchen voller Vorfreude in den Ofen. Während der Duft von Schokolade den ganzen Raum erfüllte, wartete Rusty geduldig. Als die Zeit endlich gekommen war, öffnete er vorsichtig die Backoffentür. Ein leises »Oh nein« entfuhr ihm. Der Kuchen war nicht wie erhofft. Statt fluffig und saftig war er steinhart und verbrannt. Enttäuscht ließ Rusty die Schultern hängen. Finn, der gerade in die Werkstatt gekommen war, sah den traurigen Roboter und den missglückten Kuchen. Anstatt zu schimpfen, legte er seine Hand auf Rustys metallene Schulter. »Es ist okay, mein Freund«, sagte er mit einem warmen Lächeln. »Kuchenbacken ist nicht so einfach, wie man denkt. Aber wir haben zusammen Spaß gehabt, und das ist das Wichtigste.« In diesem Moment erkannte Rusty, dass es nicht darum ging, perfekt zu sein, sondern darum, Zeit mit Freunden zu verbringen und gemeinsam etwas zu erleben. Von diesem Tag an backten Finn und Rusty keine Kuchen mehr. Stattdessen bauten sie Roboter, die durch die Straßen von Flitzdorf tanzten, konstruierten Flugmaschinen aus alten Regenschirmen und erkundet mit neugierigen Augen. Und Rusty lernte, dass wahre Freundschaft nicht durch perfekt gebackene Kuchen entsteht, sondern durch gemeinsame Abenteuer, gegenseitiges Vertrauen und ein Lächeln, das die Sonne neidisch macht. Ende Du fandest diese Geschichte interessant, dann freuen wir uns über deinen Daumen hoch, Klick oder ein Teilen des Videos. Abonniere diesen Kanal namens Geschichtenbaut oder schaue dir die weiteren Videos an.